Herzlich Willkommen auf Maruch spielt und nun viel Spaß mit dem Video. Moin und herzlich Willkommen hier zu einer weiteren Folge. Ja, wir sind ja gestorben, wir hängen jetzt hier am Flugplatz. Und sie hat gerade gesagt, sie hat irgendwie Schmerzen. Warum hast du Schmerzen? Gesundheit... Na, was ist hier los? Was ist hier los? Oh, blutende Verletzungen noch. Warum? Habe ich mich irgendwo wehgetan? Oder, es kommt ja nicht vom Kampf. So, okay, also... Ah, da ist der... Wir waren ja beim Flugplatz, da muss ich mal orientieren. Wo sind wir denn jetzt? Achso, das war da hinten, ne? Wo sind wir? Hier wird wohl die Piste sein. Wir sind am Ende. Wir können ja mal grob mal so hingehen, bevor wir uns noch irgendwelche Sachen machen. Wir haben ja nix. Wir haben ja gar nix. Dann gucken wir mal wegen Kollegen. Ansonsten, wenn es zu krass wird, verkrümeln wir uns. Ich hoffe ja, dass wir... Achso, wir sind hier an der Nebenstrecke. Genau, die eigentliche Landepiste und so. Ne, ist auch eine, aber... Ich hoffe ja, dass wir halt was finden, ein Rohr oder so. Ich hab jetzt... Ich muss ehrlich gestehen, nicht so viel Bock, mir jetzt was zu bauen. Wisse, ich baue mir jetzt hier irgendwas und dann... Finden wir nachher alles. Ich meine, wir haben eh nix auf der Tasche. Wenn ich verrecke, dann verrecke ich. Okay, da hinten kann ich schon einen Ranger sehen. Mal gucken mal hier einmal nach. Ein paar Nägel hab ich, die sollte ich ruhig schon mal mitnehmen. Im Moment seh ich noch nichts. Ich würd sagen, wir fangen mal weiter hinten an, in der Hoffnung, dass hier nicht so viel kommt. Da ist ein Jagenstand. Da könnte natürlich auch noch was sein. Fahrrad wäre natürlich auch noch schön, wenn wir jetzt ein Fahrrad finden würden. Oh ja, stimmt. Plan, 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 Leute. Plan. Ich hab... Natürlich hab ich einen Plan. Wir haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Aber da liegt doch schon mal was. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben einen Regenmantel. Supi. Aber da gibt es ja auf jeden Fall schon mal. Und wir haben das. Da können wir eine Schnur draus machen. So, mein Plan. Passt auf. Mein Plan war ja... Also jetzt checken wir hier erstmal den... Babab. Den Dings ab. Können hier natürlich auch noch mal hingehen. Hier sind allerdings Mechs. Aber da werden wir guten Shit kriegen. Aber da werden auch viele Zombies sein. Ah. Aber hier zum Beispiel könnte auch was sein. Also wir gehen auf jeden Fall hier. Marschieren hoch, 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 hoch. Und Endziel ist definitiv Le Stadt. Da ist unser ganzes Zeug. Ja, wir haben eine Menge verloren. Wir haben aber auch eine Menge liegen lassen. Ich hab ja ein bisschen was ausgestoßen als Motorrad. Da ist ein gutes Quad, denke ich. Da ist ein Fahrrad. Da sind Kisten. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da alles dran hatte. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber gut. Es ist, wie es ist. Und da ich ein absolut vernünftiger Typ bin, werde ich jetzt auch nichts bauen. Und wir gehen da jetzt mal so rein. Oder mache ich das doch? Ach kommt. Kommt. Lass uns auf Nummer sicher gehen. Wir bauen uns hier mal die Standardgeschichte. Das heißt, erstmal machen wir hier zu Lumpen zerreißen. So, dann werde ich ja mit Sicherheit noch eins, zwei, drei. So, da haben wir dann zwei. Ich nehme das auch erstmal hier auf Tasch. Ich muss nur einmal gucken. Barbar, Crafting. Wo haben wir das? Da. Drei haben wir. Dann brauchen wir nochmal Seil. Und wir brauchen irgendwas zum Schnippeln. Okay, Seile, 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 Seile. Gebüsch, Gebüsch, Gebüsch. Wie spät ist denn das? Wird das schon wieder dunkel? Oder ist das hier ja nur Wetter? Uh, 21 Uhr und. Passt auf, ich mache uns schon mal wieder hell. Einmal ganz schnell. Durch die Nacht, da wollen wir nicht. So, much better. So, wo haben wir die? Deaktivierte Erfolge? Was soll das denn? Weil ich hier mit dem Wetter beschissen habe? Oder, äh, mit dem Wetter, mit der Nachtwag? So, erstmal nochmal einen Rucksack basteln. Oh Leute, echt jetzt? Ich brauche doch nur ein Gebüsch. Da hinten war, glaube ich, Gebüsch. Können wir auch mal ein bisschen in die Ecke gehen? Ich meine, wir können ja auch mal ein bisschen rubschleichen. Wobei, wartet mal, wir können doch auch sagen, wir machen das so. Ich glaube, ich brauche für ein Seil fünf von, äh, den Stofffetzen. Ich brauche fünf von den Stofffetzen, äh, den Stofffetzen schneiden. Die Unterwäsche ist eh egal. So, dann können wir das hier auch nochmal. Sockenkopf, äh, da, da. Dann haben wir, ich meine, das waren fünf. Dann kriegen wir auf jeden Fall Seil. Da kriegen wir ja mal zehn raus. Finde ich irgendwie ein bisschen cooler, als, als das aus Rinde zu machen. Weil sie haben ja nicht Crafting. Crafting war doch richtig. Ah, hier, improvisiertes Seil. Aber da komme ich so nicht hin. Ähm, wo war denn improvisiertes Seil? Ich glaube, hier. Ja, da hätte ich auch sonst... Ah, da brauchte ich fünf. Vier sogar nur. Ah, pass auf. Klasse, ne? Ich stehe hier so mitten schön auf der Pläne. Äh, bada, bada. Mach mal. Mach schon mal das. Gleich finden wir einen großen Rucksack. Ich weiß es. Ganz bestimmt. Ähm, ja, aber ich glaube, ich werde mir... Wenn ich mir schon mal einen Bogen oder einen Knüppel... Oder vielleicht einfach nur... Okay, so. Ich nehme mal das mit. Ah, das nehmen wir auch erst mal mit. So. Äh, dann marschieren wir hier mal hin. Und dann gucke ich mal, ob ich uns erst mal irgendwie... Eine Speer oder sowas. Das muss reichen. Lesbeer. Wenn wir einen Speer haben, das reicht doch. Aber jetzt noch eine Axt oder so bauen. Äh, nicht so viel Bock drauf. Äh, mach mal einen improvisierten Holzspeer. So, das reicht uns. Denke ich. So, dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir da ja auch was Cooleres drin. Eins, 12 Fahrräder. Ich hoffe mal, dass da hier nicht so viele Leutchens rumlaufen. Hier ist auf jeden Fall ein Rager ohne Motor. Jetzt habe ich uns das hell gemacht. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Jetzt habe ich uns das hell gemacht. Und jetzt ist er hier eine schattige Wolke. Ich glaube, das macht das Spiel mit Absicht. So. Okay. Durchsuchen wäre vielleicht nicht so schlecht in dem Falle. Wir nehmen erst mal hinten den... Hintereingang. Naja, gut, das... Oder was heißt Hintereingang? Aber hier diese... Dieses Lagerräumchen. Okay, hier ist... Nada. Nix. Gar nix. Ist hier gar kein Tower? Ja, das ist schön mit der Werkzeugkiste. Problem ist ja nur... Okay, das ist nicht so schlecht. Äh, guck mal. Dann können wir doch den Regenmantel mal weg. Obwohl der natürlich... Äh. Das ist Flugzeugreparaturkit. Kann ich jetzt erst mal drauf verzichten? Okay. Äh, unser Regencape natürlich. Ah, was haben wir da? Schachtel mit Nägel. Okay. Nehmen wir mal. Ich nehme die erst mal mit. Äh, bleibplatte ist auch nicht verkehrt. Schraubendreher ist auch gut. Dreieraufladung. Premium Böller. Yep. Äh, kannst du sogar gleich mal was von essen, glaube ich. Wird echt hart. Oh, hier ein Seil. Ein dickes Fett ist sogar... Okay. Dann... Zieh dir mal... Äh... Nach außen eben. Ach, da sind Fischköder. Ach, Schande. Ja, nee, dann lasse ich die hier. Ich dachte, das wäre was zu essen. Ich dachte, das wäre was zu futtern. Da hast du aber falsch gedacht. Äh... Nägel, weil... Ah, oh, warte mal. Wir haben ja da eine Schachtel mit Nägel. Dann lasse ich die tatsächlich hier. Box mit Haarklammern. Dann nehmen wir mit. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir hier ein bisschen Ruhe haben. Äh, Handschuhe. Sehr cool. Sonnenbrille. Auch cool. Wieso haben wir hier so viele Seile? Ist das... Ja, ist noch ein Block. Eine Pilotenmütze. Aber wartet mal. Äh... Die hat 96. Dann nehmen wir doch die... Nehmen wir doch die bessere, natürlich, ne? Ach, guck mal. Jetzt sind wir doch... Total klasse gerüstet. Jetzt noch ein Baseballschläger oder sowas. Oh, warte mal. Naja, das war dann... Wasser, auch gut. Wasser, sehr gut. Komm, spiel, da geht noch was. Okay. Handschuhe hab ich schon an, ne? Ja. Ich zieh die... Auch wenn die Schuhe hier ein bisschen geiler sind. Noch von der Haltbarkeit zieh ich die an. Das sind die Gummihandschuhe. Ah, Ohrproppen. Nein. Schraubendreher. So lange wie Platz ist, auf jeden Fall. Viele Schraubendreher hier. Ja, warum eigentlich? Ja, okay. Ja, da wären wir bestimmt irgendwas... Oh, echt jetzt. Komm, spiel. Reicht jetzt. Ich nehme jetzt den nächsten. Glaube ich, tausche ich jetzt nur noch den Gegend voller aus. Nägel. Nägel. Gummimmi. Apropos Gummi. Ah, was brauchen wir denn für so ein Schwertholzschwert? Metallschwert. Da bräuchte ich Schrott, Gummiband, Seil hab ich. Und eine improvisierte Werkzeugkiste oder eine Werkzeugkiste. Werkzeugkiste. Kleine Werkzeugkiste. Okay. Da brauchte ich da kein Gummi mehr für, Leute. Doch, hier Gummiband oder Gummi. So, dann würde ich... Ah, da. Da war das doch. Einmal mitnehmen. Noch eins. Nicht jetzt. Ups. Ah, Bolzen. Ah, Öl nicht. Nägel. Schraubendreher. Lass ich jetzt tatsächlich. Den Dreier tausche ich gegen den. Nein. Nein. Warte da. Nein. Durchsuchen. Habe ich den schon? Nö, habe ich auch nicht. Okay. So, dann hoffen wir mal, dass hier auch noch ruhig ist. Dass da auch nichts drin ist. Ich gucke mal lieber hier um die Ecke. Das habe ich ja auch schon gehabt. Das ist schon mal, da können wir dann bei Gelegenheit mal Angelgedöns machen. Äh, Angelgedöns hier. Äh, äh, Negan. 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 Er wäre sowas nicht eigentlich auch eine gute Nahkampfwaffe. Okidoki. Ist ein sehr überschaubarer Flugplatz. Was wäre denn so das, das Hauptding, was wir für dieses Schwert bräuchten? Weil habe ich Werkzeugkasten. Ok. Ok. Ich gehe erstmal da hinten lang. Weil eigentlich sind wir ja durch. Und ich habe nicht so viel Bock jetzt. Da unten ist doch Dorf. Da können wir auch noch rein. Wir haben ja nichts mehr. Wir haben ja nicht mal mehr Kohle. So, jetzt wäre nämlich das schöne Kohle, wenn wir... ...ein Fahrrad finden. Nichts Motorisiertes, weil wir haben kein Geld. Aber wir haben sogar minus 250. 250. Ich weiß auch immer noch nicht, warum ich nichts auf Konto einzahlen konnte. Ich meine, ich bin auch schon runtergegangen. Und habe doch eigentlich das, was ich machen sollte. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum das nicht mehr ging. Also 500? Keine Ahnung. Äh, Spinatsamen. Nee, nee. So, aber ich wollte doch noch was gucken. Wo laufen wir jetzt überhaupt hin? Norden ist ja die Richtung. Äh, und wir laufen nach... Ja, das ist okay. Immer nord, nördlich. Immer so ein bisschen nördlich, Leute. Und ich hoffe, wir finden gleich was zu essen. Trinken haben wir noch. Die ist ziemlich warm. Verstehe ich gar nicht mit der Pilotenjacke. Wie siehst du denn überhaupt aus? Wollen wir mal gucken. Ja. Interessant, würde ich sagen. Hä? Interessant. Ein bisschen, ein bisschen armselig schon fast. Oder, Leute? Uiuiui. Ein bisschen armselig. Aber na gut. Nützt ja nix. Augen zu und durch. Wir machen hier weiter. So, aber fahren wir mal ein bisschen runter. Und ruhig immer mal gucken. Ich weiß nicht. Wollen wir nochmal in die Autos gucken? Aber eigentlich findet man ja nicht... Na, das ist so eine Dreier. Die können wir auch lassen. Da finden wir natürlich auch noch eine Nadel. Ne? 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 Aber ich weiß gar nicht. Haben wir schon mal eine Nadel im Auto gefunden? Nein. I don't think so. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Aber was haben wir noch nicht im Auto gefunden? Lass da... Ups. Entschuldigung. 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 Das ist ein Hühnerstall. Nehmen wir mal hier rein. Und ewig grüßt das Murmeltier. Und ewig grüßt das Murmeltier. Echt jetzt? Spiel. Das ist nur Scheiße von dir. Echt? Oh, Mann. Oh, Mann. Aber es ist egal. Wir nehmen natürlich auch die mit... Oh, guck mal. Metallrohr? Metallrohr habe ich so als Waffe auch noch nie ausprobiert. Ah, eine Spitzhacke. Aber hier finden wir ja auch gelegentlich mal die... Wie heißt das? Nadel im Heu auf den... So, das ist schon mal sehr gut. Dann gehen wir ins Crafting. Da, 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 da. Müsste ich nicht theoretisch... Ach, sind da nur acht drin? Sind nur acht. Ich brauche einen neuner. Aber dann schmeiße ich das weg. Weil ich brauche einen neuner. Ach, da war doch was. Ich dachte, die acht hätten gereicht. Halt war es Nussis. Ja, ist ein Kehrsturm. Ich lasse die Schubkarre erst mal noch hier drin. Die holen wir uns. Natürlich holen wir uns die. Natürlich holen wir uns die. Wollen wir das Rohr ausprobieren? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Boah, also besser als schon mal als nix, aber... Naja... Gehen wir mal rauf. Was sagt unser Dürstele? Da ist noch eine Nadel. Also Nadel ist schon mal... Hey. Safe. Jetzt müssen wir nur noch Schnürlis finden. So, du könntest aber noch mal was trinken. Machen wir ruhig alles trinken. Flasche behältst du bitte. Das wird gleich noch mal sehen, dass wir ein bisschen Nahrung drankriegen. Aber da finden wir schon Feld hier. Ist nicht so das Problem, denke ich. Mit dem alten Rohr hier, ey. Schmeiß dich in die Ecke. Ah, was haben wir da? Hefe? Ja, ich weiß nicht, ob Hefe so gut ist. Ah, Wollhandschuhe. Ich lasse dann lieber die Arbeitshandschuhe. Ah, wie noch eine Nadel. Ein bisschen Schnur wäre jetzt so geil. So, jetzt haben wir auch eine Unterbüchs wieder. Heißt wieder Taschenplatz. Unser... Ui. Machen wir mal ein bisschen... Bisschen... Bisschen chillig hier. Nicht so... Du hast Hunger. Ja, Mäuschen, ich weiß. Du hast Hunger. Aber was soll ich denn dagegen machen? Wir haben ja eine Lederjacke. Wir können ja mal gucken... Was hat die... Ja, die Fliegerjacke hat tatsächlich mehr. Die Fliegerjacke hat... Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ne, ist das Gleiche, ne? Ja, ist das Gleiche. Pass mal auf. Zack. Oder täusche ich mich da? Ich meine nicht. Ne, ne, ist das Gleiche. So, nehmen wir das mit. Ist die Jacke... Sind wir wieder bei dem Motorradgedöns? Äh... Da, da, da... Da hab ich schon, ne? Oder? Ja. Okidoki. 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 Ah... Ah... Ja, da können wir Sachen mit anfangen. Also... Ich sag mal so. Ich hab ja nun... Oh. Echt? Ich mach mal so. Ich lass. Ich glaub, die ist ein bisschen besser als der Speer. Zur Not. Und dann kann ich die wenigstens mitnehmen. Wird jetzt aber das Rohr auf jeden Fall erstmal noch in der Hand behalten. Weil ihr wisst ja, die Axt haben wir ja schon getestet. Die ist natürlich... Rattenlangsam. Smasht bestimmt gut, aber... Naja... Naja... Bingo... Bingo... Und Bingo-Bong. Ja, das seht ihr. Jetzt haben wir doch schon mal gut was wiederbekommen. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir doch gut was wiederbekommen. Jetzt sind wir noch eine 50er. Eine Desert Eagle. Nein. So. Äh... Ja. So, dann gucken wir... Machen wir mal erstmal hier... Das. Und die Jacke können wir auch mal reparieren. Und natürlich die Hose. Und dann die Hose. Na, die Handschuhe lasse ich erstmal noch. Okay. So. Was haben wir hier in der Waschmaschine? Etwas Nettes, Neues. Ja, nee. Da behalten wir unsere Fliegermütze auf. Oh, wie ist die Fliegermütze eigentlich? Ah, die ist auch okay. Pausieren. Bett. Gut. Wir haben noch kein Geld gefunden, ne? Jo. Äh... Hose haben wir jetzt erst repariert. Hier haben wir unsere Fluffy-Kanickel-Sandal. Den hab ich gerade. Oh, die Folge ist auch schon wieder rum, Leute. Ich würd sagen, dann geh ich hier oben mal hoch. Und spring dann in die nächste Folge. Wir gucken nochmal kurz, ob es hier noch einen Kollegen gibt. Und hier schauen wir in der nächsten Folge mal nach, ob da was hinter ist. Also Leute, schönen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Euer Maruk. Wir sind auch schon ganz gut wieder davor, oder? Ich find das ganz okay. Okay. Okay.